Ja, wie ein neuer amtierender deutscher Meister, aber jetzt gibt es ja mir noch ein paar Fakten mehr zu erzählen. Erwin, du hast die Katze aus dem Sack. Ja, der Jan, wie du schon gesagt hast, der amtierende deutsche Meister ist auch der jüngste hier im Starterfeld und sehr erfolgreich. Er hat einige super Wettkamptergebnisse, nicht nur in der Lund, wo er zum Beispiel den ersten Platz bei Lund Europacat in Amnesty 2008 belegen hat, sondern auch mittlerweile schon bei den Herren, wie gesagt, amtierende deutsche Meister. Er hat einen hervorragenden neunten Platz, letztes Jahr im Weltcup in Kram, in Skogetik gehabt. Auch dieses Jahr war er schon gut dabei, mit einem 14. und einem 5. Weltcup im Herren Weltcup. Einmal war er ein Witz gut dabei und das andere Mal in Kürs in Belgien. Und der Jan kann auf jeden Fall aus den Westländern, der Jan kann auch gewinnen. Wir wünschen viel Erfolg, Jan Poyan. Applaus 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 Komm schon, geht, auf geht's. Jawohl, sehr schön. Applaus 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 So kann man es auch lösen. Ich glaube nicht. Applaus 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 Das sieht auch schnell aus. Ja, dann musst du es nur halten. Ich glaube nicht. Hallo! Hallo! Jawohl! Fahne an die Züge hier aus der Lärm! Das ist jetzt von Wartner! Jetzt haben wir die Lärm für Top! Gut bleiben, Jan! Gut bleiben! Adi Jopp! Wir sind in der Gäste zuhause! Zuhause ist Anstatt! Und jetzt noch ein paar Warten! Beide, komm! Auf geht's! Komm jetzt! Schade, schade, schade!